Das ORF Energielexikon. Energiewende in Salzburg. Das Land Salzburg hat sich vorgenommen, bis 2050 unabhängig von fossilen Energiequellen zu werden. Das funktioniert nur, wenn es bis zum Jahr 2020 einen deutlichen Anstieg der Erzeugung aus erneuerbaren Quellen schafft und gleichzeitig den Ausstoss an Treibhausgasen um 30% reduziert. Energielexikon präsentiert von der Salzburg AG. Untertitelung des ZDF, 2020